Gegründet wurde die Faslog AG im Jahr 2009. Ihre Ursprünge gehen aber weit zurück in der Geschichte der ICT- und Telekommunikationsgeschäfte. Durch die Übernahme der DAL Supply Chain Schweiz seit dem 1. Januar dieses Jahres sind wir aktuell rund 390 Mitarbeitende an fünf Standorten. Bei der Faslog AG erhalten Sie das volle Programm an Service- und Logistikleistungen, das Sie von Ihrem Supply Chain Partner erwarten. Vom eShop, alles elektronisch, über die Precels, alles was es braucht, zum Packen, Stagen usw. zum Warehousing, Lagern, Distribution, Vorort-Service und After-Sales-Service, also das braucht danach Garantie-Handling, Reparatur, Refresh usw. haben wir alles passend für unsere Kunden. Es ist die komplexe Gesamtheit unseres Angebotes, die uns ausmacht. Faslog verfügt über langjährige Erfahrung im Handling von Telekommunikationsanlagen und Geräten. Wir sind bereits der Logistikpartner heute von Swisscom im Bereich Netzinfrastruktur sowie von weiteren Technologiefirmen. Faslog verfügt über eine grosse, zentral gelegen und moderne Infrastruktur hier in diesen Dingen. Wir haben das technische Know-how und Erfahrung, um weitere optionale Leistungen zur Logistik anbieten zu können. Diese wären für Cablex beispielsweise das Assembling, Zusammenbau und Endtest der Anlagen vor der Auslieferung. Das Geschäft von Cablex hat eine grosse Ähnlichkeit mit bereits bestehenden Logistikgeschäften mit anderen Kunden und deren Dingen und passt daher sehr gut zu uns. Aufgrund der Grösse, der Bedeutung dieses Geschäftes und der sehr guten Zusammenarbeit mit Cablex setzen wir eine dedizierte Fläche und auch dediziertes Personal ein. Die Prozesse passen hervorragend in die heutigen Kunden und bestehenden Ablaufstruktur. Da wir in deren Dingen einen Multi-User Standort betreiben, können Flächen und Personalsynergien optimal genutzt werden. Davon profitiert jetzt auch die Cablex.